Hey Leute! Ja, kaum ist bekannt geworden, dass die in Anführungszeichen straffreie Menge von Cannabis in Bremen auf 15 Gramm angehoben wird und schon ist es auch schon wieder so weit, dass die CDU etwas Negatives darin sieht, Konsumenten nicht mehr so schnell zu kriminalisieren. Denn die CDU sieht wie auch schon in Berlin die Gefahr von Drogentourismus, weil nun ja mehr Gramm wieder mal in Anführungszeichen straffrei bleiben sollen, als es in anderen Bundesländern der Fall ist. What the fuck! Die CDU-Fraktion in Bremen wirft den Senat, der für eine Lockerung gesorgt hat, vor, eine Scheindebatte zu führen und falsche Signale durch die Anhebung zu senden. Und wie man es von der CDU kennt, wird auch direkt mit einem Argument gegen die Anhebung vorgegangen, das mit der Thematik überhaupt nichts zu tun hat, wie es uns Dina Dertwinkel, die Sprecherin für Verbraucherschutz von der CDU in Bremen beweist. Zitat Ja, das sind in der Tat wichtige Dinge, die angegangen werden müssen, aber haben in der Debatte überhaupt nichts verloren. Denn nur weil es in anderen Bereichen auch schlecht läuft, heißt es nicht, dass andere Probleme wie die Kriminalisierung von Millionen von Menschen in Deutschland unwichtiger wäre oder nicht gelöst werden müsste. Aber ein, zwei Sachen hat sie auch noch zur Thematik des Drogentourismus zu sagen, die wir uns jetzt auch nochmal anhören. Zitat Habt alle einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Zitat Zitat Zitat